Wie lange brauche ich, um die chinesische Mauer zu Fuß abzuschreiten? Schauen wir mal, die chinesische Mauer ist ca. 21.000 Kilometer lang. Ich bewege mich mit sportlichen 5 kmh. Jetzt gibt es ja diese Geschwindigkeitsgleichung. V gleich S durch T kann ich umformen in T gleich S durch V. Heißt, ich rechne 21.000 Kilometer durch 5 Kilometer die Stunde. Ich komme dann auf 4.200 Stunden ohne Pause. Ein gutes halbes Jahr.